Mein Name ist Branch und ich bin ein Troll. Warum ich in einem gut ausgestatteten Hochsicherheitsbunker lebe? Weil draußen vor meiner Tür ein Albtraum tot. Namens Poppy. Und 5, 6, 7, 8! Poppy ist die Anführerin der Trolls. Und sie kann nichts dafür, dass sie so wahnsinnig happy ist. Sie hatte noch nie ein echtes Problem. Bis jetzt. Cupcake? Poppy ist auf jeden Fall jemand, der positiv ist. Und der versucht, die Dinge positiv immer zu sehen. Und an jeder Situation, auch wenn es vielleicht mal nicht so gut läuft, irgendwie das Positive da rauszuziehen. Und das finde ich an dem Charakter und an der Rolle auch so toll. Branch, wir wurden angegriffen von einem Bergen. Ein Bergen. Er hat alle entführt. Dad! Wie ist dein Plan? Freunde retten und ab nach Hause. Wir haben es geschafft! Mehr Fröhlichkeit, mehr Freude, mehr Liebe, weniger Neid, weniger Hass, weniger Missgunst. eines Erdbein chiefs. Ich bin dran, dass du das tun. So just dance, just dance, dance, dance. I can't stop it. youuuuuh. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. Let's stop it. Yeah! so just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop it. I can't stop it . DreamWorks Trolls